Hallo GPU, das ist die Dose von meinem Freund Otto K, bzw. meine Dose und seine Flop-Ox. Er hat sie da reingedrückt und hat dann so durchsichtige Folie draufgeklickt, damit sie nicht rausbrutzeln. Also ich habe schon einen Probeschuss gemacht, es hat funktioniert. Jetzt mal so ein kleines Video. Ich schieße mit der R-Magnum 9 R-Magnum und kein Bein, äh 15 Meter. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das war jetzt etwas der Vorführeffekt, ich habe auch die Entfernung gar nicht so richtig gesehen, ich habe nur ein kleines Römenglas drauf, aber ihr habt gesehen, es funktioniert, ich hatte das schon im Probeschuss vorher gemacht und ohne Videoaufnahme und da hatte ich schon die Bestätigung, dass es funktioniert. Okay, da hatte mein Freund Otto K. recht, kann man also mit gelochten Dosen nochmal Löcher machen. Okay, BPU, dann noch einen schönen Feiertag.